Herzlich willkommen zu Captivate Kompakt. Mein Name ist Martin Urig und heute möchten wir uns mit den Themen folienübergreifende Navigation sowie der Standardwiedergabeleiste beschäftigen. Dazu habe ich hier mal ein Beispielprojekt geöffnet. Sie sehen das umfasst hier mehrere Folien und jede Folie hat hier eine Dauer von drei Sekunden und das ganze möchten wir uns mal in der Vorschau anschauen. Wie wir hier in der Vorschau sehen ist es standardmäßig so, dass ein Captivate Projekt automatisch abläuft, sprich Sie sehen die Folien laufen automatisch hier nach drei Sekunden nacheinander ab. Standardmäßig habe ich auch die Möglichkeit hier über die Standardwiedergabeleiste das Projekt zu steuern als Lerner. Ich kann also hier über die Statusleiste vor und zurück navigieren und sehe hier verschiedene Knöpfe über die ich das Projekt steuern kann, vorspringen kann, zurückspringen kann, gegebenenfalls auch die Geschwindigkeit einstellen kann. Ich möchte Ihnen nun zeigen, wie Sie den Folienablauf beeinflussen können, so dass zum Beispiel der Lerner selbst klicken muss, um zur nächsten Seite zu gelangen und zum anderen möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie hier unten die Wiedergabeleiste einstellen können, sowie auch hier außenrum die Hintergrundfarbe definieren können, denn das machen wir über den gleichen Editor, den Skin Editor. Gehen wir zurück zu Captivate und schauen uns hier an, wie wir Folien abstoppen können. Dazu brauchen Sie einfach nur ein interaktives Element, wie zum Beispiel ein Klickfeld oder eine Schaltfläche auf einer Folie. Wir können das zum Beispiel mal hier über Interaktionen und Klickfeld tun und dann sehen Sie schon, fügt sich jetzt hier dieses Klickfeld ein und in der Zeitleiste sehen wir das Objekt sowie dieses Pausezeichen hier. Dieses Pausezeichen bedeutet also, dass das Projekt hier am Ende bei diesen drei Sekunden abstoppen würde. Wir sehen das Klickfeld kommt hier gleich noch mit zwei Meldungen dazu, die können wir optional einfach mal entfernen. Ich markiere sie und lösche sie mit entfernen und dann könnten wir zum Beispiel mal das Klickfeld einfach auf die Größe der Folie aufziehen und das mache ich jetzt in meinem Beispiel einfach so, indem ich die beiden Objekte hier mal markiere und in der Größe mal aneinander angleiche und Positionen und dann umfasst das hier schon die gesamte Seite. Wir können dieses Verhalten, dass das Klickfeld die Seite abstoppt, auch noch mal in den Eigenschaften nachvollziehen. Dazu gehen wir in die Eigenschaften und markieren das Klickfeld und dann sehen wir hier Projekt anhalten bis Benutzer klickt. Und wenn wir das jetzt nun ganz einfach noch auf die anderen Seiten übertragen wollen, markieren wir das Objekt, drücken STRG und C, markieren alle anderen Seiten, am besten mit der SHIFT-Taste und dann drücken sie STRG-V und dann haben sie ein Multipaste sozusagen, mehrfach einfügen über mehrere Seiten erreicht und überall haben wir jetzt mal auf die Schnelle das Klickfeld eingefügt. Schauen wir gleich mal in die Vorschau rein und schauen uns das Ergebnis an. und wie Sie sehen stoppt nun die Seite bei drei Sekunden. Ich muss als Lerner klicken, um weiterzukommen und kann dann hier entsprechend auch sogar schneller durch das Projekt durchklicken, denn das Klickfeld reagiert direkt, wenn die Seite startet. Also Sie sehen hier oben startet direkt das Klickfeld und das Klickfeld hat standardmäßig die Einstellung zur nächsten Folie, springt also sofort auf die nächste Folie und geht dann voran. Schauen wir uns zum zweiten das Thema Skin Editor und Einstellungen der Standard-Wiedergabeleiste an. Das finden Sie über Projekt und Skin Editor und hier können wir mal dieses Fenster ein bisschen größer machen. und dann sehen wir das hier auch ganz gut, hier die Wiedergabeleiste unterhalb des Projektes. Hier oben links können Sie die Wiedergabesteuerung generell aktivieren, deaktivieren. Wenn Sie sie also ausblenden, dann sehen Sie jetzt hier aktuell darunter liegend einen Rahmen, den könnten wir im zweiten Teil des Skin Editor unter Rahmen auch noch deaktivieren und dann hätten wir jetzt erst mal generell keine Wiedergabeleiste mehr. Das ist immer sinnvoll, wenn Sie eine eigene Navigation bauen, zum Beispiel weil Sie nicht möchten, dass der Lerner bestimmte Folien automatisch erreichen kann oder über den normalen Ablauf. Wenn Sie also zum Beispiel ein nicht nur lineares Projekt haben oder interaktive Seiten dazwischen haben, die zuerst bearbeitet werden sollen. Das werde ich Ihnen in der nächsten Folge zeigen, wie Sie eine eigene Navigation erstellen und da wäre das dann sinnvoll. Wir wollen jetzt in unserem Fall mal die Wiedergabesteuerung drin lassen und schauen uns an, was wir noch machen können. Wir können hier das Design noch einstellen, sprich Sie können hier zwischen verschiedenen Wiedergabeleisten wählen. Sie können auch die Farben einstellen, zum Beispiel hier mal das Ganze vielleicht ein bisschen dunkler einstellen. Dann können wir zum Beispiel mal hier das noch ein bisschen auf Grau einstellen und die Hervorhebung mal noch auf Weiß und die Symbole auch auf Weiß und dann würde das jetzt mal hier so aussehen. Sie können auch die einzelnen Schaltflächen definieren und einstellen, zum Beispiel, ob man hier überhaupt schnell vorspulen kann. Je nach Projekt macht das natürlich keinen Sinn und wenn Sie Ihr Projekt vielleicht nicht vertonen, dann brauche ich natürlich auch keinen Schalter, um das stumm zu schalten. Sie können also hier die Schaltflächen frei einstellen. Sie können auch definieren, ob hier überhaupt Quick-Tipps in der jeweiligen Sprache angezeigt werden sollen oder ob Sie das hier entsprechend ausblenden möchten. Gut, schauen wir gerade mal noch in den zweiten Teil hinein, dort wo wir den Rahmen ausgeblendet haben. Dort können Sie auch die HTML-Hintergrundfarbe einstellen. Wir könnten also für die HTML-Seite ein bisschen dunklere Farbe einstellen, sodass eben der Fokus mehr auf das Projekt gelenkt wird. Übrigens im dritten Teil hier haben Sie auch die Möglichkeit, ein Inhaltsverzeichnis einzustellen. Ich tue das nur mal kurz aktivieren, damit Sie sehen, wie das dann aussehen würde. Ist jetzt aktuell noch nicht formatiert, aber das werden wir uns auch mal in einer folgenden Folge genauer anschauen. Gut, jetzt habe ich das Ganze soweit eingestellt. Wir wollen uns das noch mal in der Vorschau anschauen. Vorschau HTML5 im Browser. Und hier sehen wir nun den dunkleren Hintergrund, sowie unsere Navigation hier unten und die Einstellung, dass ich als Lerner klicken muss, um zur nächsten Folie zu gelangen. Damit sind wir leider auch schon am Ende dieser Folge. Ich werde Ihnen in der nächsten Folge zeigen, wie Sie eine eigene Navigation erstellen können. Und wenn Sie das hier noch einmal nachlesen möchten, finden Sie unten in den Shownotes einen Link zum entsprechenden Blogartikel auf techwriter.de. Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren und bleiben damit laufend top informiert zum Thema Captivate. Bis zur nächsten Folge und viel Spaß beim Captivaten. Ihr Martin Urig